Der Feiertagskalender ist mit dem Reformationstag, aller Heiligen und aller Seelen in dieser Woche gut gefüllt. An diesen Tagen sind Christen zum Gedenken angehalten. Worin sich die Feiertage genau unterscheiden, erfahren Sie hier. Der Reformationstag am 31. Oktober macht den Anfang. Während sich in der Regel nur die Bewohner der eher evangelisch geprägten Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen über einen freien Tag freuen dürfen, galt der Feiertag in diesem Jahr bundesweit. Hintergrund dessen ist der Thesenanschlag von Martin Luther, der sich in diesem Jahr zum 500. Mal jährt. Am 31. Oktober 1517 soll er seine 95 Thesen zu Buße und Ablass an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen haben. Der darin kritisierte Sündenerlass gegen Geld sollte die Erneuerung des Petersdoms in Rom finanzieren. Luther sah im Ablasshandel einen Missbrauch, und rief zur Rückbesinnung auf die biblischen Grundlagen des Evangeliums auf.